Als Sie das heute gehört haben, Breaking News, Habeck entlässt Greichen doch. Wann haben Sie davon erfahren? Ich habe schon ein bisschen früher davon gewusst und ich bin der Meinung, dass es eine richtige Entscheidung, die da getroffen wurde. Was heißt ein bisschen früher? Patrick Greichen, ich glaube, das ist jetzt nicht die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage ist, was am Ende passiert. Patrick Greichen hat sich im letzten Jahr sehr verdient um dieses Land gemacht, wenn es darum ging, eine Wirtschaftskrise abzuwenden, wenn es darum ging, worum wir alle froh sind, die Gasspeicher zu füllen. Aber am Ende wurde eine Entscheidung getroffen, dass es in der Geschamtschau nicht mehr funktioniert. Und ich habe vor allem gedacht, jetzt ist doch der Moment, nach vorne zu schauen. Trotzdem nochmal die Frage, wann haben Sie davon erfahren? Gehörten Sie zu der Gruppe, die das mit entschieden hat? Oder wurde das im kleinen Kreis entschieden? Die Entscheidung wurde zwischen Robert Habeck und Patrick Greichen getroffen. Das heißt, Sie waren nicht involviert? Nein, das ist auch eine Entscheidung, die das Ministerium gehört, aus meiner Sicht. Das heißt, die grüne Spitze war nicht involviert in diese Entscheidung? Es geht hier um einen Staatssekretär und wie gesagt, einen, der sich sehr verdient in dieses Land gemacht hat, wofür ich dankbar bin. Aber es geht auch darum, am Ende zu sagen, in der Gesamtschau war es ein Fehler zu viel. Und deshalb geht es jetzt nicht mehr weiter. Und ich finde, das ist eine richtige Entscheidung. Ich finde vor allem, es ist an dieser Stelle eine konsequente Entscheidung von Robert Habeck. Konsequent? Ja. Also, diese Entscheidung war alles Mögliche, aber konsequent und schnell war das nicht? Ich glaube, das ist ein bisschen eine Frage von Fehlerkultur. Also, wir haben natürlich alle immer den Anspruch, dass wir so wenig Fehler wie möglich machen. Und das sollte auch der Anspruch sein, gerade in der Politik, ich habe den auch. Aber es wird natürlich nicht immer funktionieren. Es werden weiterhin Menschen Fehler machen. Da finde ich es als Minister richtig, dass man sagt, beim ersten Mal, da gibt es nochmal eine zweite Chance. Aber es muss auch klar sein, es gibt dann nicht eine dritte Chance, eine vierte Chance, eine fünfte Chance. Sondern dann muss man in der Gesamtschau sagen, dann geht es eben irgendwann auch nicht mehr. Und das ist dann am Ende konsequent. Das heißt, der erste Fehler, den Sie vergangene Woche haben, Sie ja den Staatssekretär noch verteidigt. Sie auch. Ich habe damals schon gesagt, und dazu stehe ich auch heute, das war ein ganz klarer Fehler, was die Besetzung bei der DNA angeht. Dieser Fehler wird auch weiterhin geheilt. Das bleibt natürlich auch dabei, dass es jetzt weiterhin neu ausgeschrieben wird. Jetzt sind aber neue Sachverhalte dazugekommen. Und am Ende muss man natürlich eine Gesamtschau sich anschauen. Und da zu sagen, naja, sowohl was Vertrauen angeht, als auch was Compliance angeht, ist dann ein Schritt zu weit gegangen worden. Aber die politische Fehlerkultur finde ich interessant, weil eigentlich ist doch die vorderste Aufgabe, wenn man so einen Schatz im Ministerium hat, in dem Fall einen grünen Vizekanzler, den zu schützen am Ende. Und nicht den Staatssekretär, meinen Sie? Und nicht den Staatssekretär. Und deswegen finde ich, ist es nicht konsequent, sondern es ist überfällig gewesen. Und da wurde eine Reißleine gezogen, weil am Ende bleibt es an Habeck hängen. Und das kann ja nicht weder im Interesse von Herrn Greichen, der ihm ja offenbar nahesteht, sein, noch im Interesse von Herrn Habeck selbst, noch im Interesse der grünen Partei. Ich glaube, es ist eine Frage, wie man... Haben Sie zu lange gewartet, ist die Frage sozusagen, die sich daran anschließt? Ja, ja, ich habe verstanden, was die Frage ist. Tatsächlich müssen diese zeitlichen Ablauf, wann trifft man eigentlich welche Entscheidung? Ich kann ehrlich gesagt verstehen, dass viele Bürger jetzt denken, warum nicht früher? Warum ging das eigentlich nicht schneller? Aber ich finde es richtig, in so einer Situation zu sagen, man trifft nicht willkürlich überhastet, schnelle Entscheidungen, wenn eine Information auf dem Tisch liegt, sondern man dreht dann nochmal jeden Stein um, man schaut sich alles sehr, sehr sorgfältig an und am Ende trifft man eine sorgfältige Entscheidung. Das ist ja jetzt an der Stelle passiert. Wie gesagt, jetzt ist die Entscheidung getroffen und ich glaube, das ist auch eine Einladung zu sagen, wir kommen davon weg, dass es vor allem Personaldebatten gibt über einzelne Personen und kommen wir zur Sachpolitik. Können wir nochmal, Frau Münstermann, vielleicht können Sie das nochmal beschreiben aus Ihrer Sicht. Worin bestand dieser erste Fehler, von dem die grünen Spitze und auch der Minister selbst sagten, dafür muss man keinen Staatssekretär opfern, das stehen wir gemeinsam durch, was ja menschlich sehr sympathisch ist. Ja, menschlich ist das total sympathisch. Und auch sehr nachvollziehbar. Und kollegial, aber es ist politisch unklug. Denn es ging ja nicht... Worin bestand dieser erste Fehler? Also es ging einfach nicht darum, dass eine sachliche Entscheidung falsch getroffen wurde. Das wäre ja bereits bei der Gasumlage bei Herr Greichen auch der Fall gewesen, hätte man schon sagen können. Das ging daneben. Das hat sachlich nicht gepasst. Er hat einfach eine Personalentscheidung getroffen und hat irgendwie vergessen, verschwiegen. Das weiß ich eben nicht. Und das finde ich auch fehlerhaft, nicht zu sagen, Leute, ich kenne den total gut. Das ist mein Trauzeuge. Und ich bin entweder raus aus dieser Entscheidung. Ging um die Neubesetzung von... Ging um die Neubesetzung der Deutschen Energieagentur. Der Dena. Also ein hoher Posten. Herr Schäfer, so der Name des Herren, der jetzt auch seinen Job, bevor er ihn überhaupt angetreten hat, wieder verloren hat. Also der wird sich auch nochmal überlegen, ob er irgendjemandem nochmal die Ehe nicht verspricht, sondern sozusagen als Zeuge bereithält. Aber das geht nicht. Ich kann nicht als führender Mann in einem Ministerium, in einer Firma irgendwo sagen, ich schweige mal still über Verbindungen dahin. Und deswegen war das, glaube ich, der größere Fehler. Das, was Robert Habeck heute genannt hat, war ja so im Zuge der Affäre Dinge, wo man sagen würde, also vielleicht wäre das gar nicht weiter, sag es jetzt mal, hart aufgefallen. Ja. Ich glaube, das würde ich auch sagen, es war am Ende eine Gesamtschau. Also es war jetzt nicht, das ist der eine Punkt, den man es aufhängt. Sondern es gab diesen sehr klaren Fehler bei der Dena, der ja auch von mir so benannt wurde, der von Patrick Reichen so benannt wurde. Und wo natürlich, wenn es da nicht einen Mangel an Fingerspitzengefühl gäbe, dann würden wir jetzt nicht hier stehen, wo wir stehen und sagen, ja, deshalb wird jetzt auch diese Entscheidung getroffen, dass er nicht weiter als Staatssekretär arbeiten kann. Aber, wie gesagt, man hat in dem damaligen Moment gesagt, das kann geheilt werden. Das ist mir auch wichtig, das wird weiterhin passieren. Also dieses Ausstrahlungsverfahren wird weiter neu aufgesetzt. Das ist natürlich komplett klar. Aber am Ende war man jetzt eine Gesamtschau an dem Punkt, wo es natürlich auch um Vertrauen geht. Aber Sie argumentieren immer mit der Gesamtschau. Ich bin noch mal gerne auf diesen Punkt hinaus. Also, Sie sagen, das ist eine wichtige Agentur. Die Deutsche Energieagentur, die macht was? Warum ist die so wichtig für das Land? Wenn dabei sich beschreibt sozusagen, wie die Energiewende fortgesetzt werden soll. Und weil da der oberste Posten ein Top-Posten dieser fortgesetzten Regierung ist sozusagen und mit hohen Gehältern einhergeht und einfach ganz nah am Minister auch ist. Also es ist einfach ein politischer Top-Job. So, das ist ein politischer Top-Job. Und interessant ist, wenn man in die Details einsteigt, wie es meistens interessant ist, wenn man in die Details einsteigt. Da wird jetzt also ein Mann, ein Top-Mann für diesen Top-Job gesucht. Es wird eine Personalagentur beauftragt, ist das richtig? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin noch nicht in den genauen Ausschreibungsverfahren mit drin. Okay, also nach meiner Kenntnis eine Personalagentur beauftragt. Es werden 18 Kandidaten sozusagen gesucht. Und es stellt sich hinterher heraus, Patrick Reichen, der wichtigste Mann von Robert Habeck, hat dieser Personalagentur, die den Job hat, diese Kandidaten zu finden. 18. Neun Kandidaten vorher schon aufgeschrieben. Darunter sein Trauzeuge Michael Schäfer. Ist das ein offenes, gutes, demokratisches Verfahren? Ist das klug, das so zu machen? Nein, auf gar keinen Fall. Wenn es klug wäre, wenn es richtig wäre, dann würden wir weder das Verfahren neu aufsetzen, noch würde Patrick Reichen jetzt gehen. Mir geht es um einen anderen Punkt. Er ist ja nicht deswegen gegangen. Das ist ja der Punkt. Das ist natürlich ein entscheidender Faktor, das ist ganz klar. Aber der Faktor, das war ja der Moment, wo Sie beide gesagt haben, der Mann darf bleiben, reicht Ihnen nicht. Sie sagen, es war nicht klug. Ich würde sagen, es war sehr unklug. Warum reicht so ein Fehler nicht, um zu sagen, das ist nicht mehr tragbar? Auch um sich selber zu schützen? Und zweitens, damit nicht der Eindruck entsteht, es gibt da draußen ohnehin diese große Erzählung, die stecken alle unter einer Decke, die sind sowieso alle gleich. Und genau die Debatte haben Sie jetzt. Und um das politische Projekt zu schützen, um was es ja Herrn Habeck vor allem geht. Also vielleicht dazu zwei Sachen. Einmal muss man sagen, bei manchen Dingen, die Sie jetzt auch im Eingang genannt haben, wenn dann von Planstrukturen der Rede ist oder von Emparten, dann ist das teilweise auch komplett überzogen. Kritik ist an dieser Stelle richtig notwendig, aber gibt natürlich auch komplett überzogenen. Wo man merkt, da geht es dann wenig um die Transparenz, wenig um die Aufklärung. Aber das ist die CSU, muss man sagen, wo die politische Makellosigkeit zu Hause ist. Genau, die sind natürlich Vorbilder, wenn es um Transparenz und Compliance geht. So kennt man sie, die CSU. Aber tatsächlich ist es natürlich am Ende eine Frage vom Vertrauen. Und ich würde erst mal sagen, wenn es darum geht, wer ernsthaft Vertrauen in Klimaschutz beschädigt, dann sind das die Leute, die gegen Windräder mobil machen, dann sind das die Leute, die jetzt gerade Unterschriften gegen Klimaschutz sammeln. Aber klar, bei dem, was wir uns vorgenommen haben, auch als Regierung. Dieses Land auf den Pfad zu Klimaneutralität zu bringen, dabei den Wirtschaftsstandort zu erhalten, das Land auch durch diese Krisen durchzunavigieren, da ist Vertrauen eine verdammt wichtige Währung, wahrscheinlich die wichtigste. Und es aber am Ende zu sagen, ja, wenn der Eindruck entsteht, dieses Vertrauen ist nicht mehr da, dann ist es auch im Sinne der Sache, jetzt einen Schritt zurückzutreten. Das heißt, ich glaube, am Ende war es auch für das, was wir uns politisch vorgenommen haben, jetzt eine richtige Entscheidung. Können Sie mir trotzdem noch mal sagen, warum sind da keine Leitplanken eingebaut, die so etwas verhindern? Warum bei einem Top-Beamten wie Herrn Greichen, warum klingeln da nicht alle Alarmglocken, wenn man sagt, da suchen wir 18 Kandidaten, ich schreibe neun von denen selber auf und einer davon ist mein Trauzeuge? Das schlägt man selber vor. Das müssen Sie ihn selbst fragen. Warum versteht man nicht, dass das politisch heikel ist? Naja, am Ende wurde es ja verstanden. Deshalb wurde es öffentlich gemacht, deshalb wurde es transparent gemacht und deshalb wurde ja auch dieser Fehler aus der Welt geräumt. Wenn es da gar kein Bewusstsein gegeben hätte, wäre ja all das nicht passiert. Aber wie gesagt, dass es an der Stelle klar ein Fingerspitzengefühl gefehlt hat und dass es extrem unklug war, das müssen Sie mir gar nicht entlocken, sondern da bin ich sehr, sehr klar. Naja, Sie haben ja gesagt, das ist kein Fehler, der dazu reicht, dass ein Staatssekretär zurückgelegt wird. Also nach einem politischen Maßstäben hätte er einfach vielleicht auch selber sagen müssen, das war es, sorry, habe ich mich so falsch verhalten. Ja, um seinen Chef zu schützen. Ja, also um seinen Chef zu schützen, denn um den geht es am Ende. Ein Staatssekretär ist ja irgendwie kein Lobbyverband oder so, sondern das ist ja der wichtigste Wanneministerium, der aber klar einen Chef hat oder eine Chefin, und das ist immer der Minister. Und da habe ich nicht verstanden, warum er nicht von sich aus auch schon gesagt hat, oh, Riesenfehler. So. Der Name, also das, das war eine Unterschrift mal in einem großen Stress. Ich meine, bei so Staatssekretären ist jeden Tag ein Eingang, klar. Aber wenn man Namen kennt und weiß und dann seinem Chef das nicht äußert, das habe ich nicht verstanden. Hätten Sie sich, Frau Lange, gewünscht, dass Herr Greichen von sich aus früher sagt, ich gehe, um auch jemanden wie Habeck nicht in die Verlegenheit zu bringen, sich schützend vorenstellen zu müssen? Ich finde es richtig, dass jetzt am Ende diese Entscheidung gemeinsam getroffen wurde. Natürlich kann man jetzt viel lamentieren, wann wäre was richtiger gewesen, wann wäre was sinnvoller gewesen. Sie, ich frage Sie. Ja, ja, aber ich schaue natürlich als Grünen-Chefin. Sie sind ja nicht irgendwer, Frau Lange, bitte. Ja, das ist mir bewusst, aber genau als Grünen-Chefin schaue ich jetzt drauf und halte es echt gar nicht so sinnvoll, jetzt zu lamentieren, nach hinten zu schauen, wann hätte ich mir an welcher Stelle was gewünscht. Sondern für mich ist wichtig, was jetzt passiert ist, dass es diese Klarheit gibt. Und dann jetzt tatsächlich auch der Blick nach vorne. Also was kommt jetzt eigentlich danach? Diese sehr langen, sehr ausschweifenden... Ich verstehe, dass Sie nach vorne blicken wollen in eine glorreiche Zukunft. Wir müssen trotzdem erstmal diese Vergangenheit aufarbeiten ein bisschen. Tut mir leid, ich bin jetzt heute hier therapeutisch tätig. Nochmal die Frage, wenn Sie doch merken, wie Sie auch als Partei unter Druck geraten, wenn Sie sich das letzte Wahlergebnis in Bremen angucken, wenn Sie merken, da passiert gerade was und da ist unser großes Projekt, gerät gerade akut in Gefahr, auch deswegen, weil es enormes Verhetzungspotenzial wirkt. Wie konnte Ihnen das passieren, dass Sie so lange an einem Mann festhalten, von dem Sie wussten, das wird jetzt weitergehen und zwar so lange, bis es nicht mehr geht? Ich hatte es zu Beginn schon mal gesagt, ich finde, dass es auch dazu gehört in der Politik, zweite Chancen zu geben. Aber es gehört nicht dazu, immer weitere Chancen zu geben. Das heißt, wenn wir eine Fehlerkultur palpulieren wollen, ich verstehe, wenn Sie jetzt sagen, natürlich gibt es ja schwerwiegende Fehler und das war der schwerwiegende in dieser Situation. Ich glaube, da lässt gar niemand einen Zweifel dran. Aber zu sagen, ja, man gibt eine zweite Chance, auch natürlich mit Blick darauf, wie wir durch das letzte Jahr durchgekommen sind, aber dann, wenn man merkt, jetzt fehlt so viel Vertrauen, auch gesellschaftlich, dann auch die Reiß lang zu ziehen. Frau Münzermann, dann kam der zweite Fehler, von dem Sie sagen, das war eigentlich der kleinere Fehler, wenn man so will. Was ist da passiert? Ja, da ging es um eine Ausschreibung für den Bund, den Berliner Landesverband des Bundes. Und da stellte sich eben raus, dass die Schwester von Herrn Greichen, Landesvorsitzende war, zu dem Zeitpunkt, jetzt ist sie, glaube ich, noch Vorstandsmitglied, Verena Greichen. Und genau, da wurde eine Ausschreibung ihm vorgelegt und unterzeichnet. Und das ist jetzt mit den, ich weiß gar nicht, ob die jetzt schnell entworfen worden sind, die Compliance-Regeln im Bundeswirtschaftsministerium. Bislang liegen sie aber noch nicht vor. Aber offensichtlich hat man festgestellt, dass das doch ein feilpolitischer Einflussnahme ist. Ich fand das jetzt heute nicht so schlimm, wie der Vorgang zuvor. Wussten Sie das schon letzte Woche? Nein. Interessant war ja heute, wir haben ja Robert Habeck gesehen, der ist vor die Presse getreten. Es kam zwei Stunden vorher, gab es Gerüchte um elf, hat er das selber ausgeräumt. Er hat ganz lange geredet, jedes Wort gefühlt abgelesen von einem Kommunikationsprofi, der da wirklich auch genau vorgelesen hat. Er hat sich am Ende mit einem sarkastischen Satz, wie ich finde, der auch zeigt, wie sehr er unter Druck steht, mit Geigenhumor verabschiedet. Er hat nämlich gesagt, der Nachfolger von Herrn Greichen wird nicht sein Trauzeuge sein. Das kann man auf diese Art abräumen, aber es zeigt natürlich auch, wie bitter das ist. Aber Frau Greichen, die wiederum mit einem anderen Staatssekretär im BMBK verheiratet ist, also es gibt da gewisse familiäre Bedingungen. Frau Münzner, hören wir einmal kurz rein in genau diese Pressekonferenz, von der Sie gerade sprechen, und diese Erklärung, und man sieht, wie jemand da unter Druck steht. Ich habe mich in den letzten Wochen trotz des schweren Fehlers bei der Diener Neubesetzung vor Patrick Greichen gestellt. Menschen machen Fehler, jeder und jede von uns. Aber um den einen schweren Fehler zu verteidigen, beziehungsweise damit umgehen zu können, muss ich sicher sein, dass die Compliance-Brandmauer, die wegen der Verwandtschaftsverhältnisse gezogen wurde, keine Risse hat. Diese Risse hat sie nun. In der Gesamtschau hat sich Patrick Greichen damit zu angreifbar gemacht, um sein Amt noch wirkungsvoll ausüben zu können. Vor diesem Hintergrund sind Patrick Greichen und ich gestern Abend in einem persönlichen Gespräch darin übereingekommen, dass wir die gemeinsame Arbeit nicht fortsetzen. Ich beabsichtige daher, den Bundespräsidenten zu bitten, Patrick Greichen in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Es ist der eine Fehler zu viel. Der eine Fehler zu viel. Also nochmal kurz den Vorgang geklärt und auch da die Frage, wie kann sowas sein? Wie kann sowas passieren? Wie nennen Sie das, was da passiert? Also da kommt ein Projekt vom Berliner Landesverband, des BUND, Umweltverband. Dort ist Greichen Schwester Mitglied im Vorstand. Und mit der Unterschrift des Bruders wird dieses Projekt als förderungswürdig eingestuft. Eins von wie vielen? Von sechs, glaube ich. Das weiß ich nicht, aber es ging um einen Wert von 600.000 Euro, was ja nicht so gering ist. Genau. Wie kann so etwas sein, dass ihm erstens so etwas vorgelegt wird? Ein Projekt, das seine eigene Schwester zu verantworten hat, wo er doch eigentlich sagen müsste, Freunde, tut mir leid, das macht ihr jetzt bitte, da habe ich nichts mit zu tun. Und dann wird das Ding noch unterschrieben. Ich glaube, erst mal, weil Sie gerade ein bisschen angefangen haben, auch über Familienverhältnisse zu reden und sowas. Das machen wir gleich eins nach dem anderen. Wir alle haben Geschwister, das ist alles gut. Dass Leute, die teilweise sehr, sehr lang in bestimmten Kontexten auch an denselben Themen arbeiten, sich gut kennen, ist auch klar. Dass man genau für so eine Situation, es gibt ja einmal die allgemeinen Compliance-Regeln für die Bundesregierung, die relativ weit gefasst sind. Und dann gibt sich jedes Haus nochmal eigene. Das hat das Wirtschaftsministerium getan, natürlich auch mit Blick darauf, einmal was sind unsere eigenen Anforderungen selbst, aber natürlich auch, dass es dort bestimmte Verbindungen gibt. Und ich finde, das ist ja dann der Maßstab. Nicht ein diffuses Gefühl von kennen die sich oder sowas, sondern gab es da einen Verstoß oder gab es den nicht. Und wenn jetzt, das hat ja Robert Habeck selbst einen Auftrag gegeben, dass nochmal wirklich jeder Stein umgedreht wird, alles nochmal überprüft wird, sich alles angeschaut wird. Wenn dabei was auftaucht, wo man sagt, okay, hier liegt zumindest nahe, dass gegen diese Compliance-Regeln verstoßen wird, dann ist doch die Frage, die sich auch die Bürger stellen, gibt es Konsequenzen in so einer Situation? Und das ist ja der entscheidende Faktor, oder? Die erste Frage ist erstmal, wie kann sowas passieren? Ich habe es ja schon gesagt, dass da offensichtlich das Fingerspitzengefühl gefehlt hat. Sonst würden wir jetzt ja gar nicht über Konsequenzen reden. Nochmal die andere Frage, das ist ja kein Vorgang, das ist ja nicht gestern passiert mit dieser Unterschrift. Ist das schon ein bisschen... 22. 22 war das so. Das heißt, das ist da nicht bekannt, funktionieren da Kontrollmechanismen nicht, das weiß man alles nicht. Man hat ja jetzt alles nochmal aufgerollt, man hat sich alles nochmal angeschaut, aber klar, wird man sich auch anschauen, da wo Kontrollmechanismen nicht funktioniert haben, wie kann man sie verbessern? Auch das hat ja Robert Habeck vorangekriegt. Es ist eigentlich rote Listen geben. Also so schwer, ich meine, die heißen auch noch gleich. Naja, also Verena Greichen, Patrick Greichen, das ist ja nun bekannt. Das ist, wir sind in einem Umfeld, wo man ja auch über grüne Sympathisanten, das ist überhaupt nicht negativ, aber in diesem Naturschutz, Naturumfeld, gibt es einfach viele grüne, den grünen nahestehende Persönlichkeiten. Und dass dann sozusagen sein Team ihn auch nicht davor schützt. Also und zu sagen, alles, was irgendwie in Zusammenhang mit der Schwester, dem Bruder, wem auch immer steht, legen wir dir gar nicht vor oder kommt überhaupt nicht in deine Nähe. Also so müsste man ja agieren und so müsste man ja schützen. Denn dass das irgendwann nicht auf ihn, Herrn Greichen, sondern auf den Minister zurückfällt, das ist ja die größte Angst, die man haben kann. Genau das ist jetzt passiert. Wenn man, seit wann war diese Geschichte bekannt, diese Geschichte? Letzte Woche Dienstag, hat Habeck heute gesagt. Letzte Woche Dienstag? So wie ich das weiß, ist letzte Woche Dienstag aufgetaucht, dass er das geben könnte. Erstmal aus dem Haus die Rückmeldung, dass es da keine Probleme gibt. Dann hat man sich das nochmal genauer angeschaut. Und ab dem Moment, wo das klar war, wurde dann auch die Entscheidung getroffen. Das ist aber interessant, die Rückmeldung aus dem Haus, wo es keine Probleme gibt, das habe ich mir heute schon während der Pressekonferenz, hat Robert Habeck ja auch so gesagt, das ist ja interessant. Ich bin keine Juristin, aber offensichtlich, also wenn man es jetzt so hört, denkt man, boah, das könnte eigentlich sofort aufgefallen sein. Selbst wenn es juristisch okay ist, ist es aber politisch unklug. Das ist man eben ja weiter nachgegangen. Aber was ja hinter alledem steht, ist, glaube ich, auch das, was Kerstin Münstermann im Grunde formuliert, offenbar gibt es da ja gar kein Unrechtsbewusstsein. Ich glaube nicht, dass dann heute diese Entscheidung getroffen worden wäre. Aber bei Herrn Greichen gab es offenbar dieses Unrechtsbewusstsein nicht. Sonst würde man doch diese Unterschrift nicht da hinsetzen. Dann hätte auch er diese Entscheidung heute nicht getroffen. Sonst würde man nicht auf eine Liste von 18 gesuchten Personen neuen selber schon mal draufschreiben, darunter sein Trauzeugen. Offenbar ist man sich so sicher, offenbar ist das so eingeübt, offenbar ist das so normal, dass man sagt, was ist denn da eigentlich dabei? Nö, sonst würde man einen Fehler weder öffentlich machen, noch anzeigen, noch dann ja auch die Konsequenzen daraus ziehen. Wenn das alles normal wäre, dann wäre heute niemand aus dem Amt entlassen worden wäre. Herr Greichen selbst wusste von beiden Vorgängen letzte Woche schon. Selbstverständlich. Dass er das für seine Schwester unterschrieben hat, dass er seinen Trauzeugen auf die andere Liste draufgeschrieben hat und hat trotzdem offenbar nicht die Veranlassung gesehen, von sich aus zurückzutreten. Was sagt Ihnen das? Das müssen Sie ihn selbst fragen, um ehrlich zu sein. Haben Sie sich mit ihm darüber mal ausgetauscht? Nein. Warum nicht? Geht doch um die Grünen. Ist doch Ihr vitales Interesse, Robert Habeck zu schützen, jetzt aus Ihrer Sicht? Das stimmt. Das ist auf jeden Fall mein großes Interesse. Es ist aber auch klar für mich, ich finde übrigens auch wieder, was politische Klarheiten angeht, dass nicht anfängt, die Parteivorsitzende, sich da in interministerielle Arbeitsabläufe einzumischen und da in Entscheidungen reinzufunken. Sondern ich glaube, auch im Sinne von der Klarheit, von der Sauberkeit, auch das getrennt zu halten, ist sinnvoll. Das geht auch mit Ihnen nach Hause, Frau Lang. Ja, und es geht vor allem, also ich glaube, aus meiner Sicht ist das eine gewisse Machtarroganz, die man dann hat und dann sagt, na, egal, also ich unterschreibe mal, es ist ja verdient einer guten Sache. Man muss ja jetzt immer sagen, es gab keine persönliche Bereicherung oder so, Herr Greichmann hat keine goldenen Löffel geklaut. Nein. Im Gegensatz zu anderen Parteien, zu denen wir vielleicht noch kommen, muss man ja auch sagen, das hat Filzcharakter, Geschmäckle, aber es gibt keine persönliche, so. Wir denken an Maskenskandale und so weiter, wir denken an bizarre Auftritte, gerade aus dem Großbereich CSU vor Gericht mit Maske, ironischerweise, und Sonnenbrille, Frau Tantler. Genau, aber es gibt keine persönliche Bereicherung. Trotzdem gibt es ja irgendwie das Nichtbeachten, nicht nur von Compliance-Regeln, sondern auch von Regeln der politischen Klugheit und des politischen Umgangs miteinander. Und am Ende hat Herr Habeck ja gesagt, warum er an Herrn Greichen so festhält, weil das der wichtigste Mann der Energiewende ist. Der wichtigste Mann, der Deutschland durch diesen Winter gebracht hat. Alles fein, aber gerade eher gefährdet jetzt mit dem Heizungsgesetz, was sozusagen ja kommunikativ ein Desaster war von Anfang an, wo Sie jetzt ohnehin als Partei drunter leiden, wo die ganze Ampel drunter leidet, wo die Rechten gestärkt werden. Und dann kommt das noch obendrauf. Und dass man dann nicht sofort sagt, boah, also das Politische, die Idee meiner Energiewende, ist mir wichtiger. Deswegen, ich habe mich da fehlverhalten. Macht sich angreifbar. Ich finde, man muss aber einmal sagen, als wenn wir uns ein bisschen anschauen, wie geht man eigentlich mit Fehlern um. Und ich will gar nicht abstreiten, dass er passiert ist. Und auch in der Beschreibung von dem, was Sie gerade machen, was da an, wo man sich ein bisschen fragt, warum wurde sowas nicht erkannt. Das will ich gar nicht abstreiten in irgendeiner Form. Aber ich finde, da hat man hier einmal, jetzt gerade ein Minister, der hat gesagt, hier ist ein Fehler, ich gebe eine zweite Chance. Gleichzeitig prüfe ich nochmal alles. Und am Ende treffe ich eine konsequente Entscheidung. Und ich will es gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen, weil ich glaube, das macht es unsympathisch in dieser Debatte. Aber wenn man das mal vergleicht mit wie viel, also was wir andere sagen, ein Andreas Scheuer, an den ich denke, da werden Fehler nicht ausgesessen, bis irgendwann mal so ein bisschen Sankt-Nimmerleins-Tag, bis heute. Da ist mir so ein Umgang, wo man sagt, Sorgfalt, Konsequenz, am Ende aber auch entscheidend, gut, deutlich lieber. Aber dass sich die politische Konkurrenz da draufstürzt, so wie es passiert ist. So gefundenes Fressen. Dass es dann aber keine öffentliche Anhörung gab. Das wurde nicht gemacht, verstehe ich nicht. Jetzt kann man die Protokolle nachlesen. Macht es im Nachhinein nicht besser. Also ich weiß nicht, ob da die Fehlerkultur wirklich so richtig gut war letzte Woche. Bestimmt ausbaufähig, das würde ich teilen. Hätte Herr Greichen von sich aus zurücktreten müssen schon letzte Woche. Ich finde, das ist jetzt für mich tatsächlich nicht die entscheidende Frage. Wahrscheinlich würde man heute sagen, das hätte einiges leichter gemacht. Für mich ist der wichtige Punkt, dass die Entscheidung jetzt getroffen wurde. Mit dem Wissen, das jetzt auf den Tisch liegt, mit der Gesamtschau und mit dem Ziel, da wo man Angst hat oder eine Sorge hat, da geht Vertrauen verloren. Weil das stimmt ja. Das, was Sie gerade auch gesagt haben, die Aufgabe, die wir haben, ist riesig. Das, was wir natürlich auch mit den Bürgerinnen umsetzen wollen, ist riesig. Dafür braucht es Vertrauen und dieses Vertrauen muss erarbeitet werden. Gut. Und erarbeitet man sich dieses Vertrauen, Frau Lang, wenn dann auch plötzlich das Gefühl entsteht, da kann die politische Konkurrenz, kann jetzt mal Querverbindungen ziehen. Da werden Organigramme dann plötzlich vorgetragen, wo man plötzlich merkt, ach so, warte mal, die kennen sich alle untereinander, die sind teilweise miteinander verheiratet. Wie schätzen Sie das ein? Wir werfen gleich da mal einen Blick drauf. Das ist sehr interessant, das mal zu verstehen oder mal zu sehen, diese Welt, über die wir da sprechen. Aber wie bewerten Sie das? Ist das alles okay? Oder ist das etwas, von dem Sie sagen, ach, da müssen wir noch mal hingucken? Naja, ich finde, das, was bekannt ist, das, was angezeigt ist, das, was transparent gemacht wird und wo man sich klare Regeln gibt, wie man damit umgeht, das ist in Ordnung. Also ich meine, wenn ich auf die freie Wirtschaft schaue, dann darf ich noch nicht mal Leute ausschließen aus bestimmten Verfahren, weil es familiäre Verhältnisse geben würde. Das heißt, hier zu sagen, das schließt sich automatisch aus von was, das fände ich falsch. Aber dann natürlich besondere Anforderungen daran zu stellen, das ist auch klar. Manche Organigramme, muss ich aber sagen, ich habe jetzt Ihres noch nicht gesehen und bin sehr gespannt darauf, da tauchen dann ja Dinge auch wie Förderer auf und irgendwelche Verbindungen, wer hat vor 20 Jahren mehr mit wem Kaffee getrunken. Und da ist auch die Frage, Sie haben gerade gesagt, dass die Opposition das auch für sich nutzt. Wo beginnt der Skandal? Das ist auch Ihre Aufgabe als Opposition. Das ist auch in Ordnung. Wenn man sich aber heute hinstellt und hört, was das meiste gesagt wurde von der CDU und CSU, dann war das, das ist jetzt das Ende des Gebäudeenergiegesetzes. Da merke ich, da geht es null um Transparenz, da geht es null um Aufklärung, da geht es auch nicht um die Bürger, sondern da geht es darum, Gas- und Ölleizungen zu halten, an den Fossilen festzuhalten. Da werden Verbindungen aufgemacht, die haben da mit der Sache einfach gar nichts mehr zu tun.